Willkommen bei der Klasse 10b. Die Klasse 10b geht auf Klassenfahrt und diskutiert, ob Sie selbst oder beim Veranstalter buchen wollen. Tom ist bekannt als bequemer Schüler. Er hat seine Argumentation pro Veranstalterbuchung. Wisst ihr, was wir uns für Arbeit ersparen? Der Veranstalter liefert uns coole Reiseideen direkt ins Klassenzimmer und wir müssen uns nur noch entscheiden. Und wenn wir entweder im Vorfeld oder vor Ort was ändern müssen, wird uns die ganze Arbeit abgenommen. Wir haben kompetente Ansprechpartner vor der Reise und auch vor Ort, die machen das schließlich beruflich. Herr Meier, das muss doch in Ihrem Sinne sein, oder? Ganz klar, erklärt Herr Meier. Es besteht auch ein Rücktrittsrecht vor der Reise für den Fall, dass am Reiseort zum Beispiel Naturkatastrophen, Grenzschließungen oder sonstige außergewöhnliche Umstände auftreten. Außerdem können wir reklamieren, wenn etwas nicht passen sollte. Dann leistet ein Veranstalter Soforthilfe. Und auch bei Streiks oder Notfällen ist der Veranstalter 24 Stunden zur Stelle. Ich habe gehört, dass mal ein Veranstalter eine komplett neue Rückreise für eine Klasse organisiert hat, weil die nicht wie geplant reisen konnten. Abgestimmt, beschlossen. Klasse 10b bucht beim Veranstalter. Und ihr? Bis zum nächsten Mal.